Ich hab kein Bock mehr auf diesen Job, ich kotz ab jeden Tag wie ein Schmock hier Fuck yeah, arbeitslos zu sein war Fun, bis mein Vater die Treppen hochgestraft kann Bam, ab ins Arbeitsamt, wo ich Arbeit fand, die ich hasch und wie ich sie hasch Und vor allem krieg ich da genauso viel wie fürs Nix zu Wie nun soll mich das motivieren, meine Pflicht zu tun? Ich bin höchstens mit dem Körper hier, doch mein Kopf ist ganz woanders Er möchte die Welt regieren, sah nur die Rap-Welt, doch eine Welt ist wie die andere Ich guck mich um und ich seh jeder hier hat seine eigene, in die er flüchten kann Ich würd gern flüchten, Mann, ich bin ein Ast, reiner Außenseiter überall Meine Kollegen reden über Stefan Raab von letzter Nacht Ich denk währenddessen über Hip-Hop nach, rüber war sie nach Ich denk immer noch, dass er der Beste war und dass ohne ihn von dem Massiven nur Scheiße kam Aber das gibt hier keinen, also sag ich nichts und löffel die Suppe aus in unserem verrauchten Kackpausenraum Versuch nochmal wütender Jetzt mal noch eine, wo du, also raus machen wir dann Jetzt ist so zu mir klatschen, dann sag ich schon so, irgendwie sowas Da kommt Schwein, klatsch auf den Tisch, ich weiß nicht ganz genau wer es war Der Kameramensch Nummer 1 Nummer 1 von 2, der andere Kameramensch Ist aufgeregt, jetzt gleich vor der Popstars Tschüssi zu performen Die sieht seitdem er abgenommen hat, aus wie eine Die Prüster, ne? Ne, der sieht aus als wäre ja Indisch Oh, ich habe ein Schlauch. Oh, ich hab dich da geklafen. Oh. Dann spült hier neben dir klar, die wir für weißen Sand und auf Füßen wie barillet 손 jetzt in Süd... Ich bin sicher als Kamerader aus den Zweigen. Hast du gedacht, mein Name ist Lukas, wir sind hier beim Rockmaster B auf der Couch im Zocken. Radio-Cards mit ich bin der Beste. Ich habe nur gewonnen, Platz 1. Alles gut, danke für alles. Bleib gern mit. Ich bin der Kameramensch, tschüss. Hoi, was du denn? Ich bin der Kameramensch, tschüss.